Hallo Leute ich bin und es ist eine Skinvorstellungsvideo wie ihr den Titel sicherlich entnehmen konntet ich weiß eigentlich habe ich in der letzten Folge gefragt ob ihr sowas überhaupt sehen wollt aber da die letzte Folge jetzt erst in ein paar Tagen am Samstag online gehen wird konnte ich jetzt nicht warten und habe schon mal eine zweite Folge im Voraus ausgenommen ich konnte aus dem Grund nicht warten weil einige Leute wissen das sicherlich von euch ich habe halt immer nur eine Woche Zeit wo ich Videos aufnehmen kann und deswegen muss ich halt die Videos immer für einen Monat vor produzieren das heißt ich muss in diesen 5 Tagen beziehungsweise in diesen normalerweise 2 Stunden die ich pro Tag habe Videos für 4 Wochen vor produzieren deswegen kommt auch immer nur ein Video pro Tag aber egal das interessiert euch alles nicht ich werde euch in diesem Video einfach mal Skins vorstellen und im Gegensatz zum letzten Video habe ich mir schon vorhinein ein paar Skins ausgesucht und wir fangen mit der AK Phönix an es werden relativ viele AK Skins kommen beziehungsweise ich glaube die Hälfte oder so sind alles AK Skins aber es ist einfach das was mir vorgeschlagen wurde und was ich ziemlich gut finde und so sieht der Waffe dann die Phönix halt ingame aus finde ich gar nicht so schlecht hier mit dem ich weiß nicht ob das der Flügel ist oder der Schwanz auf dem Munitionspaket sieht ziemlich gut aus meiner Meinung nach und gucken kann man hier nicht das ist immer so doof man muss immer hier jedes Bild einzeln einklicken damit der weiter geht wir gucken hier hier sieht man das glaube ich hier sieht man halt immer die einzelnen ich weiß nicht wie das heißt hier Factory Renew wie heißt das überhaupt äh conditions das ist das englische Wort mir fällt das deutsche nicht ein auf jeden Fall ihr seht wenn es Kampffspuren ist dann wird das halt dunkler als Factory Renew das heißt immer pro Abstufung Factory Renew ist es ganz hell minimal ist es ein bisschen dunkler einsatzeprobt ist nochmal dunkler und so weiter und so weiter ist es halt kein Skin der abgenutzt wird sondern er wird einfach immer dunkler und ja das war eigentlich mit dem Skin den gleichen Skin habe ich gerade eben gesehen hat er auch noch auf die AWP gepackt habe ich den hier ja habe ich hier und ähm ganz ehrlich wenn ich mir das hier angucke in-game finde ich das sieht gut aus wenn ich mir hier bei der AWP diese Konzeptzeichnung angucke finde ich das irgendwie mega geil mit dem Blick hier von dem Phönix und äh hier wie der so fliegt finde ich sieht ziemlich nice aus aber wenn ich mir dann hier so ein in-game Bild angucke ich weiß nicht irgendwie dieser Lauf hier der gefällt mir gar nicht so hier auf der Zeichnung gefällt der mir noch ziemlich gut hier aber hier gefällt mir der Lauf mir Moment das war das Bild daneben hier das das gefällt mir irgendwie nicht muss ich ganz ehrlich zugeben hier das Ding ich meine hier das sieht gut aus ähm aber hier dieser Lauf finde ich irgendwie jetzt nicht so toll aber allgemein ganz ehrlich ich würde dann äh ich würde das spielen ich würde den Skin benutzen wenn ich ihn hätte und ähm ja gehen wir dann mal weiter zum nächsten Skin den AK Horus Horus keine Ahnung wie man es ausspricht hier das erste natürlich ein paar Brüste in den Hintergrund damit der Typ auch mehr Views kriegt dann ähm hier der Skin so als Konzeptzeichnung finde ich ziemlich cool ganz ehrlich denn ich bin ein Fan von goldener Farbe und dann noch Gold und Schwarz einer meiner persönlicher Meinung nach eine ziemlich geile Kombination deswegen feiere ich den Skin auch und ich glaube das ist so der Skin der mir persönlich am besten gefällt könnt mir ja in die Kommentare schreiben welchen Skin ihr vorne am besten findet und mir persönlich ich glaube der Horus ähm ist mein Favorit ganz ehrlich ich sag wieder so oft ganz ehrlich ähm mir gefällt der ist aber auch wieder so ein Skin der glaube ich hier sieht man noch mal die Animationen als Foto ähm hier sieht man wieder er wird immer ein bisschen dunkler immer dunkler immer dunkler oder immer heller je nachdem welche Richtung man guckt ähm je nachdem wie abgenutzt oder fabrikt neu er ist und ja und gehen wir weiter zum nächsten Skin hier zum Anfang Firewave mit einem schönen Drachen drauf und dann schön das Feuer nach vorne diesen Skin könnte ich mir glaube ich ziemlich gut auf der USPS vorstellen wenn so der Drache hier irgendwie mehr nach vorne geht und dann das Feuer so aus dem Schall oder auf dem Schalldämpfer drauf ist könnte ich mir ziemlich nice vorstellen und wir gucken uns mal hier die nächsten Fotos an ein Ingame-Foto ähm ist halt die Sache wenn der Daumen so da drüber liegt ähm ob das noch gut aussieht hier nämlich wenn der Daumen dann Feuer spuckt das hat auch was genau abgepasst ne aus dem Daumen kommt der Feuer raus das Feuer raus und ähm ja ansonsten einen Daumen hoch von mir bekommen der Skin gefällt mir hier sieht man noch wie er es alles gezeichnet hat und ähm ja gehen wir weiter zum nächsten Skin das ist eine Auto-Sniper-Skin Scar 20 und ähm hier so sieht der aus ist meiner Meinung nach ein bisschen viele Sticker oder Sachen hier unten sieht man ja was der alles da drauf gepackt hat nehme ich die Maus auf ja ich nehme die Maus auf ähm ein bisschen meiner Meinung nach zu viel aber wenn ich mir hier sowas angucke diese Grundidee diese schwarze mit diesem blauen hier gefällt mir ziemlich gut denn hier dieses Ninja gefällt mir auch ziemlich gut hier noch so ein paar Aufkleber meiner Meinung nach ein bisschen viele an Aufkleber habe ich euch jetzt schon drei oder viermal gesagt aber ähm ansonsten ein schöner Skin wie ich finde hier sieht man es nochmal von der Seite so schießt der hier hat der es auf dem Rücken auch wenn ich die Waffe nicht spiele den Skin würde ich mir holen hier nochmal eine Zeichnung hier sieht man nochmal die ganzen Sticker oder Aufkleber die auf der Waffe drauf sind gehen wir weiter zur nächsten zu der AK Weeper Ace sag ich schon auch ein ziemlich cooler Skin klar alle Skins die ich hier zeige finde ich relativ schön sonst würde ich sie ja nicht aussuchen ich würde schön mit dem Ass als Hintergrund gucken wir mal sieht man das hier hier sieht man so würde die Waffe dann ingame aussehen schön mit diesen Augen die einen ansterren die Nachladeanimation und okay er hat jetzt keine Condition gezeigt wie das dann aussieht wenn das abgenutzt wird wird aber meiner Meinung nach ein guter Skin ich habe den ganzen Skin auch einen Daumen hoch gegeben ich bin nur jetzt in Bursache nicht eingeloggt und wir gehen weiter zum nächsten Skin die AK Tauan Hero so oh mit Video das gucken wir uns jetzt nicht an weil ich nicht weiß welche Musik da drauf ist aber hier wieder so ein älteres Design was ich persönlich ziemlich nice finde mit den ganzen Totenköpfen hier noch schönes Kreuz dann noch ein Flügel Moment gerade hier sieht das im Game aus leider ein Statwerk sogar leider aber mit ein paar Stickern drauf deswegen kann man die Waffe jetzt so gut nicht erkennen was da drunter ist wie das aussieht aber ich glaube da ist eh nichts hier zumindest ist eh nichts drunter und hier der Drache der dieses Kreuz ich weiß nicht ob der es gerade aufessen will aber mir persönlich wie gesagt gefällt der Skin und gehen wir dann zum letzten Skin weiter die Auk Ach du Scheiße Stimpfali Birds oder so ja meine Aussprache ist nicht so gut und wie seht wieder mal etwas aus dem Antiken gucken in Game in Game sieht die Waffe auch ziemlich cool aus schön hier ich weiß nicht ich habe ziemlich viele die sehen sich eigentlich vom Prinzip her irgendwas altes mit irgendwelchen Flügeln drauf hier hat er noch paar Manneken drauf paar Bürgenschützen und allgemein aber ich glaube alle meine Dings die ich gezeigt habe waren ein bisschen älter ist gerade wohl in aber mir gefallen solche Sachen sieht auch ziemlich gut aus finde ich die Waffe ja klar sonst würde ich es ja wieder nicht zeigen ach hier sieht man er hat sogar immer dazu geschrieben was es gerade ist Fabrik Neu Willworn und so ein Scheiß weiter und hier sieht er er wird zwar auch dunkler aber wie hier sehen könnt verschwindet auch ein Stück vom Skin und das meinte ich ja bei den anderen Skins die ich gezeigt habe hier bei beim Phönix zum Beispiel der wird einfach nur dunkler und hier bei dem Vision Birds verschwindet auch immer wieder ein Stück von Skin hier auch auf dem Magazin gut zu sehen und ja das war es auch schon mit der Folge ich hoffe mal es hat euch gefallen und wie gesagt schreibt mir mal in die Kommentare ob ihr sowas weiter sehen wollt und welcher Skin euch am besten gefallen hat vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge Ciao Ciao